Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 66 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1300 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020